In diesem Video versuche ich euch einen Überblick zu geben über die Geschichte des Theaters. Bei der Zusammenstellung habe ich unter anderem auch dieses unterhaltsame Buch verwendet, das ich euch sehr empfehlen will, wenn ihr zum Beispiel zu diesem Thema ein Referat halten müsst. Da gibt es viele Informationen und ihr findet da auch Kurzzusammenfassungen zu allen wichtigen Theaterstücken. Immer mit ein paar kuriosen Zusatzinformationen. Das ist ganz praktisch. Wie könnte es auch anders sein, auch das Theater hat seinen Ursprung im antiken Griechenland. Dionysos ist der Gott des Weines und der Ekstase und ihn zu ehren werden im Frühjahr Festspiele aufgeführt. Tanz und Gesang sollen den Gott der Fruchtbarkeit nämlich gnädig stimmen. Das antike Theater ist meistens in einen Hang hineingebaut. Es besteht im Wesentlichen aus drei Elementen. Die Bühne, Orchester genannt, wo der Chor und die Schauspieler auftreten. In der Mitte davon steht der Dionysos Altar. Dahinter befindet sich das Kine, das Bühnengebäude, wo die Schauspieler die Kostüme wechseln können und wo die Bühnenbilder festgemacht werden. Und dann natürlich auch die Zuschauerränge. In den ersten Reihen sitzen die bedeutenden Männer auf Marmor und die Frauen müssen ganz hinten sitzen. Ganz wichtig, im antiken Theater ist der Chor. Zwölf Sänger, welche Hintergrundinfos zur Handlung geben. Das Geschehen kommentieren und das meistens in einer lyrischen Sprache. Etwas später wird der erste Schauspieler eingeführt und dem Chor gegenübergestellt. Und daraus ergibt sich dann eine Wechselrede zwischen Schauspieler und Chor, ein Dialog. Und der Dialog ist ja eines der wichtigsten Merkmale der dramatischen Gattung. In der Folgezeit verliert der Chor aber an Bedeutung. Der griechische Theaterschreiber Aeschylus führt nämlich den zweiten Schauspieler ein und sein Schüler Sophokles den dritten. Übrigens kommt es zwischen den beiden Autoren auch zu einem Dichterwettkampf, den der 28-jährige Sophokles gegen den 57-jährigen Aeschylus gewinnt. Die haben natürlich nicht gegeneinander geboxt, sondern ihre Theaterstücke vor einem Jurorenteam aufgeführt. Im Rahmen der Dionysien, der Festspiele zu Ehren des Gottes Dionysos, finden solche Dramenwettkämpfe statt. Jeder Teilnehmer muss vier Stücke präsentieren, drei Tragödien und ein Satyrspiel. Das ist ein lustiges Nachspiel. Die Schauspieler sind Männer. Auch Frauenrollen werden von Männern gespielt. Sie tragen Masken und haben an den Schuhen Absätze, damit man sie bis weit nach hinten gut sehen kann. Das große Thema im griechischen Theater ist das Schicksal, dem niemand entrinnen kann. Der dritte große Dramatiker ist Euripides, der sich von den anderen abhebt und moderne Themen behandelt, den Wert der Erziehung und Bildung zum Beispiel und der menschliche Abgründe auslotet. Das kommt beim Publikum nicht immer gleich gut an, weshalb er im Unterschied zu seinen beiden Vorgängern auch sehr umstritten ist. In seinem Stück Medea wird am Ende ein Drachenwagen mit einer Art Hebemaschine von oben herunter geseilt und mit diesem Wagen des Sonnengottes Helios fliegt dann Medea weg. Dieser Effekt der Hebemaschine ist im antiken Theater sehr beliebt und man nennt ihn Deus Ex Machina. Wenn sonst nichts mehr geht, gibt es eine trickreiche Lösung durch diesen Gott aus der Maschine. Vielleicht kennt ihr das auch aus Marvel-Filmen oder aus Fernsehserien, wenn am Ende wie aus dem Nichts und völlig aus dem Zusammenhang gerissen die Rettung auftaucht und das Problem gelöst wird durch so einen Deus Ex Machina. Von den Griechen stammt auch die Einteilung der Stücke in Tragödie und Komödie. Der Philosoph Aristoteles hat den Unterschied so beschrieben. Drama ist Nachahmung, Mimesis heißt das auf Griechisch. Eine Tragödie ist die Nachahmung edler Handlungen, eine Komödie ist die Nachahmung von Gewöhnlichem und Lächerlichem. Da steckt schon ein bisschen eine Wertung drin. Und daraus folgert er auch, dass in Tragödien nur hochgestellte Personen vorkommen dürfen. Tragisch kann also nur der sein, wer von hoch oben tief ins Unglück stürzt. Und diese notwendige Fallhöhe ist bei Menschen niederen Standes nicht gegeben. Die dürfen dann in Komödien vorkommen. Das Ganze nennt sich Ständeklausel. Neben der Ständeklausel gibt es noch andere Regeln, die Aristoteles in seiner Poetik, seiner Lehre von der Dichtkunst, vorschreibt. Zum Beispiel die drei Einheiten. In einem Theaterstück soll es keinen Schauplatzwechsel geben, die Handlung soll sich innerhalb von 24 Stunden abspielen und sie soll einen Strang haben, also keine Nebenhandlungen enthalten, außer sie sind für die Haupthandlung unbedingt notwendig. Und was ist laut Aristoteles das Ziel des Theaters? Die Katharsis. Der Zuschauer, die Zuschauerin soll mit dem Helden Leid und Schrecken erleben, dadurch von allen schlechten Gefühlen und Aggressionen gereinigt werden und wieder geläutert das Theater verlassen. Im Mittelalter steht das Leben der Menschen unter den wachsamen Augen der Kirche. Darum ist jede lockere Unterhaltung verboten. Nur Themen aus der Bibel kommen in Betracht, um christliche Werte zu vermitteln und die Herzen zu bilden. Also das Leben der Heiligen und Propheten, der Kampf zwischen Himmel und Hölle. Theater findet anfangs nur im Rahmen der Messfeier statt und die Schauspieler sind Kirchenleute. Vorgetragen wird das Ganze auf Latein. Später entwickeln sich die Passionsspiele zu Ostern und Pfingsten, zu einem Warnhit. Mit reichlich Blut und Effekten wird die Leidensgeschichte Jesu dramatisch nachgespielt. Und inzwischen nicht mehr in der Kirche, sondern auf dem Kirchplatz. Und auch nicht mehr auf Latein, sondern in der Sprache des Volkes. Diese Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie legen den Schwerpunkt auf das Leiden und die Erniedrigung. Erfahrungen, die der mittelalterliche Mensch in Zeiten von Hungersnöten und Seuchen sehr gut kennt. Die mittelalterliche Bühne ist die Simultanbühne, weil die Schauplätze nebeneinander aufgebaut werden und im Laufe des Stücks wandern die Zuschauer einfach weiter zur nächsten Bühne, um der Handlung zu folgen. Damit verwandt ist die Wanderbühne, wo mehrere Wagen an den Zuschauern vorbeifahren. Die Stücke, die auf diesen Bühnen gespielt werden, nennt man Mysterienspiele. Und so ein Mysterienspiel ist auch eine Vorlage für das Stück, das sehr bekannt ist, weil es jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen aufgeführt wird. Jedermann. Der Tod und das Geld treten hier als Personifikationen auf und am Ende des Stücks kann sich der reiche Mann trotz seines lasterhaften Lebens vor der Hölle retten. Also ein Happy End. Aber im Mittelalter gibt es nicht nur ernste Themen, auch lustige Schwenke gibt es, Fasnachtsspiele, die in Wirtshäusern und auf Marktplätzen aufgeführt werden. Und nicht nur zu Fasching. Ein Autor, der ganz viele solcher lustiger Stücke geschrieben hat, ist der Schuhmacher und Meisterdichter Hans Sachs. Das Interesse am Theater steigt und es entstehen professionelle Schauspieltruppen, die sich ihren Lebensunterhalt mit der Schauspielerei verdienen. Dadurch emanzipiert sich das Drama von der Literatur im Allgemeinen und wird eine eigenständige, sehr beliebte Gattung. In Italien, vor allem in Venedig und Neapel, wird eine neue Art des Theaterspiels sehr populär, die Comedia dell'arte. Frei übersetzt bedeutet das das Theater als Handwerk oder als Beruf. Die Schauspieler improvisieren, spielen also aus dem Stegreif. Wie kann das dann gehen ohne Text? Das geht so, sie verkörpern eine bestimmte festgeschriebene Rolle, eine Maske. Jede Maske hat bestimmte Eigenheiten, einen festgeschriebenen Charakter, ja sogar fixe Sprüche, Wortspiele und Pointen, die immer wieder verwendet werden und zum Standardrepertoire der jeweiligen Figur gehören. Den Arlechino, den Harlequin kennt ihr wahrscheinlich, aber es gibt noch weitere solcher Masken, Pantalone, Colombina, Pagliaccio, der Dottore und so weiter. Auch Frauen gehören zu diesen professionellen Schauspielgruppen. Ziel ist pure Unterhaltung, also christliche Werte zu vermitteln oder eine Lehre, das interessiert diese Comedianti überhaupt nicht. Typisch für diese Masken der Comedia dell'arte ist es, dass sie keine realistischen Menschen mit ihren unterschiedlichen Charakteren darstellen, sondern Typen. Diese Idee greift dann der französische Theaterautor auf und macht dann daraus sein Typentheater, das schnell weltberühmt wird. Jean-Baptiste Molière. Er überspitzt seinen Charakterzug einer Figur und gibt ihn der Lächerlichkeit preis. Darüber kann man noch heute lachen. Wie die Protagonisten aus Molières Stücken gegen die Vernunft und den Anstand verstoßen, weil sie Gefangene ihres Charakterzugs sind. Der Geizige oder der Eingebildete Kranke zum Beispiel. Aber nicht nur in Italien erlebt das Theater nun eine Blütezeit, auch in England und in Spanien. In England ist es vor allem Königin Elisabeth I., welche allgemein die Kultur fördert und das Theater im Besonderen. Ein richtiger Theater-Boom ist die Folge und das Theater wird zu einer ernstzunehmenden Einnahmequelle. Zwei große Namen sind da zu nennen, Christopher Marlowe und William Shakespeare. 1576 öffnet das erste öffentliche Theater der Neuzeit in London, The Theatre. Die Bühne ist rund, nach oben hin offen und das Publikum sitzt in mehrstöckigen Galerien. Auch wenn man schlechter auf die Bühne sieht von dort oben, so wird man doch von den anderen gut gesehen. Das ist den vornehmen Gästen wichtiger. Deshalb sind das die besten Plätze. Unten im Innenhof gibt es noch Stehplätze für ärmere Zuschauer. Hier wird auch gegessen und getrunken. Den Gestank muss man sich vorstellen. Es gab nämlich da weder Seife noch Toiletten. Professionelle Schauspieler bilden eine Art Genossenschaft und sie leben von den Einnahmen ihrer Aufführungen. Es gehört dazu, dass die Schauspieler bis zu 30 Stücke gleichzeitig in ihrem Programm haben. Erfolgreiche Schauspieler werden jetzt zu Berühmtheiten, zu Stars, würden wir sagen. Die Frauenrollen werden von jungen Männern gespielt, weil diese eine höhere Stimmlage haben. Die Aufführungen finden am Tag statt, um keine Probleme mit der Beleuchtung zu haben. Und es wird für das Volk gespielt. Also pfeift Shakespeare auf die Regeln des Aristoteles und konzentriert sich darauf, auf der Bühne eine spannende und lebendige Geschichte zu erzählen. Seine Figuren sind wahre, echte Menschen mit ihren Zweifeln und ihrer Zerrissenheit. Die Psychologie wird sehr wichtig. In einem Wort, Shakespeare modernisiert das Theater und er wird dadurch zum Vorbild für andere Autoren, zum Beispiel für Goethe. Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch in Spanien. Hier ist jedoch die Verbindung zum Katholizismus immer noch sehr eng. Aber es entwickeln sich auch neue Formen und Themen. Das Mantel- und Degenstück zum Beispiel. Der Mantel steht hier für die Liebesintrige. Die Geschichte spielt immer am Hof und zur Ehrenrettung kommt dann der Degen zum Einsatz. Wichtig ist die Wirkung auf das Publikum und nicht die Einhaltung poetischer Regeln. Das sagt der spanische Autor Lope de Vega, der diese Gattung auch begründet hat. Ab dem 17. Jahrhundert entsteht eine neue Bühnenform, die bis heute unser Theater prägt. Die Guckkastenbühne. Drei Wände laufen auf die Bühne zu, die durch einen Vorhang vom Zuschauersaal getrennt ist. Alles zielt darauf ab, die perfekte Illusion entstehen zu lassen. Wie in einem Kinosaal. Deshalb erhalten Kulissen, Beleuchtung und Technik eine immer größere Bedeutung und sie werden immer aufwendiger. Die Stücke sollen sich wieder an die Regeln des Aristoteles halten, meinen einige Theoretiker. Also die drei Einheiten einhalten und die Ständeklausel. Nur Geschichten, die auch möglich sind, sollen auf die Bühne kommen. Die Wahrscheinlichkeit muss gegeben sein. Und der klassische Aufbau der fünf Akte ist ebenso vorgeschrieben. Ja, es gibt jene, welche alles geregelt wissen wollen, wie zum Beispiel Johann Christoph Gottschied, der ein hohes, ernstes Theater fordert, gegen die Possen und lustigen Schwenke auf dem Marktplatz. Aber es gibt auch jene, die auf diese Regeln pfeifen und ihrer Kreativität keine Zügel anlegen wollen. Goethe zum Beispiel. Er schreibt den ersten Teil seines Fausts, ohne sich besonders um die Regeln zu kümmern. Und beim zweiten Teil hält er sich dann wieder an die Vorgaben des antiken Dramas. Aber Genies können das. Einmal so und dann wieder ganz anders und es gelingt jedes Mal. Nach seinem Wirkungsort wird diese Zeit Weimarer Klassik genannt. Die Klassik versucht, eine Ausgewogenheit zu finden, einen Ausgleich zwischen Vernunft und Gefühl, sodass nicht eines von beiden die Überhand gewinnt. In seinem Stück »Iphigenie auf Tauris« geht Goethe diesen Ideal nach und beschreibt die Protagonistin im Wettstreit zwischen Pflicht und Neigung. Das Theaterstich gehört zu den Ideendramen, weil anhand der erzählten Handlung eine abstrakte Idee diskutiert wird. Alles sehr hochgestochen und ideal für den Deutschunterricht in der Oberschule. Ein anderer, der da auch sicher auftaucht, ist Friedrich Schiller. Er sieht im Theater eine moralische Anstalt. Der Zuschauer, die Zuschauerin, soll durch die im Theater vorgeführten Laster, Tugenden, Torheiten und Leiden belehrt und erzogen werden. Gotthold Ephraim Lessing vertritt hingegen die Gedanken der Aufklärung. Toleranz und Freiheit stehen im Mittelpunkt. Er hält sich nicht an die Ständeklausel und begründet das bürgerliche Trauerspiel. Die Tragödie war ja nach der Ständeklausel dem Adel und dem gehobenen Stand vorbehalten, aber das Bürgertum hat inzwischen an Selbstbewusstsein gewonnen und verlangt eine Hauptrolle in Politik und Gesellschaft. Das Theaterpublikum soll laut Lessing dem Leiden der bürgerlichen Protagonisten folgen und Mitleid empfinden. Auch andere Theaterautoren gehen noch weiter. Nicht nur Bürger, sondern auch Arbeiter und Dienstboten werden zu Protagonisten. Möglichst realistisch und authentisch soll erzählt werden. Darum keine gehobene Sprache mehr, sondern Umgangssprache. Ja sogar, der Dialekt kann plötzlich auf der Bühne verwendet werden. Und die Schauspieler sollen auch nicht deklamieren, sondern wie richtige Menschen sprechen und agieren. Keine Künstlichkeit ist die Devise. Auch die Bühnendekoration soll realitätsnah sein. Ab 1850 beherrscht also der Naturalismus, das Theater. Strindberg, Ibsen, Hauptmann sind die Namen einiger Vertreter dieser Strömung. Doch die Welt wird immer komplizierter, absurder und sie erscheint oft auch sinnlos. Zwei Weltkriege, der Holocaust. Wie kann das Theater da noch Geschichten erzählen im klassischen Sinn? Mit einem Anfang, einem Höhepunkt und einem Ende? Die Welt ist nicht geordnet und der Mensch ist nicht vernünftig. Schon die Tatsache, dass die Menschheit die technische Möglichkeit geschaffen hat, sich selbst auszulöschen, ist doch absurd. Deshalb soll das Theater diese Absurdität auch abbilden. Im Stück Die Stühle von Eugène Ionesco erwartet ein altes, geistig etwas verwirrtes Ehepaar einen Redner mit einer wichtigen Botschaft für die Menschheit. Deshalb schaffen sie immer neue Stühle heran, weil sie ein großes Publikum erwarten. Die Stühle bleiben aber leer und der sehnsüchtig erwartete Redner erweist sich als taubstumm. Welchen Sinn hat dieses Stück, was ist die Lehre, die Botschaft, das weiß der Autor auch nicht. Ionesco ist ein Vertreter des absurden Theaters, bei dem man vergeblich nach einer Logik sucht. Wie ihr seht, entstehen ganz neue Formen des Theaters. Auch die Kategorien Tragödie und Komödie gelten nicht mehr. Oft gibt es auch nur eine Collage von Szenen, die ich beliebig austauschen kann, weil keine Reihenfolge mehr vorgegeben ist. Die Sprache ist eine experimentelle Kunstsprache oder eine vulgäre Umgangssprache. Der Dialekt wird literarische Sprache. Auch die Bühne ist nicht unbedingt der Schauplatz der Handlung, sondern vielleicht spielt sich alles im Zuschauerraum ab oder in einem nicht einsehbaren Nebenraum, aus dem einzelne Schauspieler hervor und auf die Bühne treten, wo dann gar nichts Besonderes geschieht. Auch Elemente und Ideen aus dem antiken Drama werden übernommen und kreativ eingesetzt. So gibt es in Friedrich Dürnmatz Besuch der alten Dame einen Chor und die alte Claire Zachanasian hat etwas von einer griechischen Rachegöttin. Berthold Brecht führt den Verfremdungseffekt ein. Er soll garantieren, dass die Zuschauer eine kritische Distanz zum Geschehen auf der Bühne wahren, indem ihnen dauernd durch szenische Tricks gesagt wird, das ist nur Theater, das ist gefaked. Wir wollen nicht eine nette Geschichte erzählen, sondern aufrütteln und zum Nachdenken anregen über soziale Ungerechtigkeiten. Vor allem für die Arbeiterklasse. Aber die geht nicht ins Theater, wahrscheinlich hat sie andere Sorgen. Die wohlhabenden Bürger sitzen begeistert im Zuschauersaal und klatschen Applaus, während sie von der Bühne losgestellt werden und angegriffen werden, wegen ihrer gesellschaftlichen Privilegien. Brecht begründet das epische Theater, welches sich dem Illusionstheater entgegenstellt. Doch ich will das hier nicht weiter ausführen, das würde zu lang führen. Zu dem Thema Offenes versus geschlossenes Drama gibt es dann bald ein eigenes Video. Und neben diesen vielen experimentellen Theaterformen gibt es noch eine weitere spannende Möglichkeit, modernes Theater zu machen, indem man die alten Texte in einem neuen Gewand zeigt, klassische Stücke in die heutige Zeit verpflanzt und in eine moderne Bildersprache übersetzt. Vielleicht kennt ihr ja den Film Romeo und Julia von Bass Luhrmann. Und ihr wisst, was ich meine. So etwas nennt man übrigens Regie-Theater. Das waren jetzt viele Fachbegriffe und ein langes Video, aber ich hoffe, ihr habt einen Überblick über die Geschichte des Theaters gewinnen können. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020